Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Ich war damit beschäftigt, die Kisten da hinter mir mit Glas zu füllen und schwarzer Farbe. Und das Glas ist noch nicht eingefärbt. Was uns noch fehlt, ist Weiß und die ganzen Grautöne. Aber damit haben wir zumindest vom schwarzen Glas, glaube ich, genug für unsere Wolke. Und ich denke, das machen wir im Großen und Ganzen als Timelapse. Und dann am Schluss gibt es noch ein paar Tipps und Tricks, die ich während dem Bauen da so finde. Also, auf geht's! Bis zum nächsten Mal. 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 Die Außenseite mache ich zumindest hier unten etwas mit hellerem Glas. Und dann geht es eigentlich auch schon eine Ebene nach oben. Und hier verwenden wir das gleiche Muster. Und hier verwenden wir das gleiche Muster. Und hier haben wir das gleiche Muster. Und das ist zumindest das, was wir hier im unteren Bereich machen. Und wenn wir dann weiter nach oben gehen. Und wenn wir dann weiter nach oben gehen. Jetzt, wo unsere Plattform etwas zusammen. Jetzt, wo unsere Plattform etwas größer ist. Jetzt können wir auch ein anderes Muster. Jetzt können wir auch ein anderes Muster zum Befüllen verwenden. Dann eine Schicht Luft. Dann eine Schicht Luft dazwischen und dann kommt der nächste Muster. Sondern wir haben wie ein Schachmuster. Sondern wir haben wie ein Schachmuster, wo wir einen schwarze Glasblöcke auf Ebene 1 haben. Und dann diagonal darüber auf Ebene 2. Aber weil sich diese Form, diese Wolke ja nach oben hin ausdehnt. Ist nicht jede Ebene gleich groß. Was das Ganze recht schwierig macht zu platzieren. Und wie ihr hier sehen könnt. Insbesondere wenn man aus dieser Perspektive blickt. Sieht man nicht wirklich genau auf welcher Ebene liegt denn darunter ein Block. Und es kann dann durchaus sein, dass wir nicht hier was haben und da was. Sondern wir können auch Löcher haben, die tiefer sind. Drum denke ich, werde ich von hier an. die Glasebene vertikal, da haben wir sicher genug. Das sind ja mehr als 20, die wir geplant haben. Aber so rüber denke ich, werde ich einfach mal diagonal Glas einziehen. So dass wir auch ein paar Ebenen in horizontaler Richtung haben und zwar in beide Richtungen. Und weil ja nicht jede Ebene gleich groß ist, gehe ich davon aus, dass wir nicht unendlich Glas aufeinander stapeln. Sondern dass sich das dann irgendwo versetzt und wir so den gewünschten Nebeleffekt bekommen. Hier an dieser Stelle stehen wir bereits auf der zweiten Ebene aus schwarzem Glas. Aber wenn wir hier nach unten schauen, sieht das aus, wie wenn es nur eine Ebene wäre. Weil mit der neuen Technik haben wir ja hier unter diesem Block nochmals einen schwarzen Glas Block. Und dann kommt schon die nächste Ebene mit schwarzem Glas. Drum denke ich, gerade hier, wo unsere Wolke grösser wird und rasch grösser wird, nicht ganz die optimale Technik. Was wir allerdings machen können ist, statt hier innen drin mit schwarzem Glas auffüllen, wir können das mit grauem Glas machen. Hat nicht ganz den selben Effekt, aber dadurch, wenn wir quasi verschiedene farbenes Glas hintereinander rein, bekommen wir den ähnlich starken Nebeleffekt, wie wenn wir eine Luftschicht dazwischen hätten. Und ist definitiv besser, als wenn wir ein farbiges Glas haben. Nun, ich denke, das ist so, wie wir nach oben weiterfahren. Und es sind noch einige Ebenen zu machen, bis ich oben angelangt bin. Wenn ich mir den Fortschritt hier etwa zur Halbzeit anschaue, stelle ich fest, Weiss ist zu dominant. Drum denke ich, werden wir für die oberen Layer auf Weiss verzichten. Und hier unten werden wir es wieder entfernen müssen. Das ist ja eine Wolke, eine Aschewolke, wie aus dem 3D Druck. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier das Resource Pack für das randlose Glas verwendet. Und so wie es aussieht, sind auch die hellgrauen Ränder doch noch recht markant. Vielleicht wechsle ich die auch noch durch normal graue Blöcke aus. Denn vor allem hier, wo wir längere oder größere Flächen in Schwarz haben, da fällt es doch ziemlich stark aus. Und das randlose Glas da oben, das sieht gut aus. Allerdings hier hinten, wo wir auch Glas haben, da sieht es etwas komisch aus. Wir haben da so Kratzer in der Landschaft, ohne dass wir wirklich das Glas sehen. Aber ich denke, hier können wir das Ganze so umbauen, dass es Sinn macht. Und gut, da oben, da fehlt es uns noch etwas an Struktur. Die Wolke ist doch recht einförmig. Und vielleicht braucht es auch noch Richtung oben etwas mehr Volumen. Und ich habe auch die Wolkenhöhe etwas nach hoch gesetzt. Denn es sah doch ziemlich bizarr aus, wenn die Wolken direkt durch unsere Aschewolke durchziehen. Ich denke, so macht es mehr Sinn. Die Wolke selbst ist noch ziemlich uniform. Und da müssen wir wahrscheinlich noch auch Ausbauchungen etc. machen. Insbesondere hier unten. Der ganze Teil fehlt natürlich auch noch. Und ich habe nachgesehen, insgesamt waren das 45, fast 46.000 schwarze Glasblöcke. Und dann noch ein paar, wahrscheinlich nochmals halb so viel graue Glasblöcke. Das wären dann in etwa so 23.000. Also recht viele Blöcke, die ich da gelegt habe. Und wenn wir uns überlegen, für die Basilika hier, das waren 22.000 Lehmziegel. Aber ja, ihr seht, ziemlich ein aufwendiges Projekt hier. Und das ist auch der Grund, warum es künftig wahrscheinlich weniger regelmäßig deutsche Minecraft Videos gibt. Denn hier in dieser Welt haben wir nicht mehr allzu viel zu tun. Es gibt noch einige Gebäude, die wir bauen müssen. Aber farmmäßig vielleicht noch ein, zwei Farmen. Und dann war es das. Drum wahrscheinlich ab hier nicht mehr jede Woche ein Minecraft Video auf Deutsch. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, ein weiterer Tag für Minecraft. Also bis dann und tschüss. Bis dann. 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 Bis dann.